heftig was für ein speed der da auch lange fliegen ist ich hoffe mal das war es jetzt nicht dass da noch einer kommt jetzt kommt glaube ich der bildschirm von eben miss ich hätte den noch gebraucht ich mache dann noch mal einen auf den hier aber ich habe halt echt keine lust mit neun von nach hinten zu holen ich bin nicht zuvor führen so so Mh, Ficken, ey. Ach, Mann. Wollt ihr euch nicht mal umbringen? Ihr habt gesehen, wie euer Retter sich getötet hat. Könnt ihr doch mitgehen, oder? Das war gut. Opfer haben übrigens noch keine. Das ist schön. Ich trinke mal gerade etwas für meinen Tee. Oder schnürfe etwas für meinen Tee. Ähm, ja, fünf Stück in diesem Zulack. Das stimmt, weil da sind drei. Und da haben wir die zwei armen Würstchen. Wollen wir gerade mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nö. 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 Gut. Dann können wir die anderen beiden noch retten. Oh, jetzt muss ich aber erst nochmal gucken. Moment. War das Kreis? Ja. Nicht, dass ich den eine verpasse. Okay. 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 So. Jetzt. Hopp. Hopp, 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 hopp. Ja. Hier waren die Vögelchen. Wunderbar. Du, 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 du. Damit hätten wir Zulack Nummer zwei. Erledigt. Und dann gehen wir in Zulack vier. Uh. Das sagt mir direkt, was hier sind. Glaub ich, die Mülltonnen am Stissel. Fünf Stück in diesem Zulack. Es ist Zeit für die Soulstorm Fragestunde. Frage. Wie viele veralberte Mudakens würden einem folgen? Antwort. Antwort. Alle, bis du sie heftig ohrfeigst. Ja, die folgen eigentlich auch so, ne? Äh. Frage. Wo stecken alle Mudakens? Wie komme ich hier raus? Antwort. Weitersuchen, du Dussel. Die Antwort liegt genau vor dir. Mit freundlicher Unterstützung von Soulstorm Brew zum Reihern. Lecker. Steht da, glaube ich. Äh. Ja. Da, außer Betrieb. Da geht's nämlich noch nach unten. Und der ist pissig. Na gut. Gucken wir mal. Ja. Ja. Die Mülltonnen. Äh. Machen wir erstmal links, ne? Das ist auch eine Mülltonne. Das Problem ist aber... Höchstpersönlich. 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 Höchstwahrscheinlich ist das Problem, wenn ich den Hebel ziehe, dass dann das Nachgas kommt. Die Mudaken rumrennen wie die Bekloppten und dann verbrutzelt werden. Ich weiß allerdings nicht, ob die den Strahl durchlaufen dürfen oder nicht. Deswegen. Ja. Okay. Warum kommt keine Musik? So von wegen... Da kommt doch auch Musik, wenn jemand stirbt oder nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Dann lassen wir das erstmal weg. Ach genau. Die Mülltonnen können wir kaputt schießen. Ähm. Ich muss erst... Okay. Moment. Kann man hier durch? Ja. Kann man. Gut. Dann muss ich erst... Erst da nach rechts. Um... Das Tor da aufzumachen. Okay. Das war ganz gut. So. Die laufen jetzt hier rum mit den Beschissenen. Was mache ich denn mit denen? Kann ich das Ding wieder hoch... Ich glaube, ich kann das wieder hochziehen, ne? Das Tor. Ich habe so eine schlechte Erinnerung an dieses Level, ne? Oh, ja. Das geht wieder zu mir. Das ist schön. Komm mal her. Komm mal her. Nein! Oh. Okay. Ähm. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Welche? Hey. Hey. Wo kann ich die denn hinbringen? Ich habe halt keinen Bock, dass dass sie doof werden. Vielleicht nur gucken, ob hier unten noch irgendwas ist, was ich gebrauchen könnte für da oben. Nein. Oh fuck, wie mache ich das denn? Das bringt mir ja auch nichts. Es bringt mir ja auch nichts, wenn ich jetzt da oben den Slick hole. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, ne? Es bringt mir nichts, wenn ich den Slick da oben hinhole und das Tor zu ist, weil ich dann nichts mit dem Slick anfangen kann. Wenn die beiden hier sind, dann bringt er die um. Hm. Das Beste wäre halt, wenn ich die alle hier reinkriegen würde, aber wie? Oder geht das Tor damit auf? Nee. Hilfe! 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 Nein, jetzt habe ich den und kann nichts mit dem anfangen, ne? Das kann doch nicht sein, das ist doch, das muss doch viel einfacher sein. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Also ich krieg den nicht hier durch, weil... das Gas hier an ist. Oder ich muss versuchen... Das wäre jetzt natürlich noch eine Idee, dass ich die versuche, einfach zu retten. Weil es könnte ja... Die kriegen das ja nicht mit, wenn ich Chant oder so. So. Dass sie das schaffen da rein. Einfach mal ausprobieren, ne? Abwarten. Das ist natürlich blöd, dass sie von der einen Seite da rein wollen. Ich kann's natürlich nochmal probieren, aber das wird, glaube ich... Ich hab auch, glaube ich, genau wieder zur richtigen... zur gleichen Zeit wie eben gechantet. Ich weiß nicht, ob das... Ob ich das... Aua! Ob ich das so machen muss. Keine Ahnung. Hm. Das geht... Nie im Leben geht das so. Was ich jetzt noch probieren könnte... Was ich jetzt noch probieren könnte... Äh... Ist die... Alle drei... Dinger... Mülltonnen... Auf die linken... Auf den... In den linken Screen reinzukriegen. Warte. Okay. 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 Das würde... Auch noch funktionieren. Da muss der Strahl von dem einen Ding aber anders sein. Boah, ist das scheiße, ey. Okay. Der Strahl muss hinter dem Vieh sein. Mann. So, ich renne jetzt einfach mal komplett durch. Ja. Hat's auf jeden Fall gebracht. Eine nach dem anderen kann die auch nicht machen. Weil wenn zwei Stück auf der Seite sind... Ist auch scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich hab Warte gesagt. Ich hab's nie gedacht. Eiiiiiii. Eiiiihdi T